Als nächstes am Programm haben wir Meral Akinhecke und sie war bereits beim ersten netzpolitischen Abend als Speakerin zu Gast. Sie war bereits einmal hier und ist jetzt ganz spontan eingesprungen, weil eigentlich hätten wir heute Clara Landler gehabt, die uns über Data Pioneers erzählt hätte, aber sie war leider terminlich verhindert und kommt dafür das nächste Mal im Mai. Und die Meral hat jetzt jahrelang ein Ehrenamt gehabt, was sich Digital Champion nennt. Das wurde vom damaligen Staatssekretär Josef Ostermeyer ins Leben gerufen und gemeinsam mit 24 Kollegen aus den restlichen EU-Ländern hat sie sich dann diesem Ehrenamt gewidmet und es vor kurzem zurückgelegt und wir haben sie deswegen eingeladen, damit sie uns ein bisschen was erzählt über ihre Zeit und auch vielleicht was sie gelernt hat und warum so ein Amt eigentlich wichtig ist. Und danke für dein spontanes Einspringen und feel free!